habe ich sofort mit der Mund-zu-Mund-Beatmung begonnen. Sie hat überlebt. Aber mir hat ganz schön gekraust, weil sie so nach Alkohol gerochen hat. Im August 2006 waren die Medien plötzlich voller Schlagzeilen über ein junges Mädchen. Es war in einem niederösterreichischen Ort aus dem Haus ihres Entführers, der sie dort acht Jahre lang gefangen gehalten hatte, geflohen. In Anbetracht meiner eigenen Situation berührten mich die Geschehnisse. Ich begann mich gedanklich immer konkreter mit möglichen Ausstiegsszenarien zu beschäftigen. Ich beruhigte mich selbst. Wenn es so weit sein sollte, würde ich mir einen guten Verteidiger suchen und sicherlich mit einer milden Strafe davon kommen. Justizanstalt Stein, Verhörzone im November 2022. Der berühmte Entführungsfall rund um Natascha Kampusch war rund zwei Jahre vor der Verhaftung von Josef F. aufgedeckt worden. Wolfgang Preklopil hatte das erst sechsjährige Mädchen entführt und zu seiner Traumfrau formen wollen. Einer unterwürfigen Lebenspartnerin, die ihm alle Wünsche von den Augen ablesen würde. Ich beschließe, Josef F. auf den Fall anzusprechen. Was halten Sie von der Natascha Kampusch? Eine tolle Frau. Was die alles durchgemacht hat. Und trotzdem hat er sie nicht brechen können. Respekt. Es ist beschämend, wie es in diesem Land von manchen angefeindet wird. Haben Sie die damaligen Ereignisse verfolgt? Ja, natürlich. Das war ja ein Riesenfall. Zeitungen, Fernsehen, alles war voll davon. Freilich hat mich das in meiner Situation nachdenklich gestimmt. Eines habe ich aber immer gewusst. Umbringen würde ich mich nie.